Na, howdy fellas und willkommen zurück hier zu Red Dead Redemption 2 mit John Marston und der guten Rachel, genau, die gute Rachel hier bei Peaches Hope, bei unserer Farm, die im Entstehen ist. Ja, wir haben das Baumaterial organisiert zuletzt, wurden da natürlich auch noch wieder gestört von diversen Scharlatanen, aber wir konnten uns zum Glück durchsetzen. Ja, es gab einen neuen Tagebucheintrag, den schauen wir uns gerne an an dieser Stelle. Ich habe den Bürgermeister von Saint-Denis kennengelernt, der offenbar Arthur gekannt hat. Jetzt erledige ich seine Drecksarbeit. Er hat mich bedroht, damit ich einen Zeitungsmann bedrohe, damit der etwas über die edle Sache der Wahrheit und Bildung stiftet. Äh, für die edle Sache, na gut. Ich sollte den Kerl dazu bringen, eine Bücherei zu unterstützen. Er wollte erst nicht, dann, aber doch, sowas, naja. Diese Gegend wimmelt vom schlimmsten Abschaum und den übelsten Verrückten, die ich je gesehen habe. Da passen wir ja gut rein. Bin Holz kaufen gegangen, um ein neues Haus zu bauen und wurde von einer hiesigen Bande angegriffen, vor der sich hier jeder fürchtet. Ein Helfer, den Charles angeheuert hatte, wurde dabei getötet. Ich frage mich, ob diese Bastarde uns noch Ärger machen werden und wenn ja, wie viel? Tja, lieber John, das werden wir vermutlich in Bilde erfahren. Ja, die Rachel ist auch schon ganz ungeduldig, sowas. Ja, der werte Ankel möchte mit uns sprechen. Das ist doch schön, das können wir doch gleich mal erledigen. Was hat er denn da, der Gute? Hat er irgendeinen Plan in der Hand? Ankel hat nicht Plan. Oh, sure. Seems easy enough, I think. How hard can it be? But I'll tell you what I think. Just to be safe, I'll do the reading and planning and you do the building. How did I know you'd try to weasel out of doing any work? Oh, now, that is plain unfair. It's inaccurate and not what's gonna happen. I'm simply gonna use what I've got, which is a brain. Or you use what you've got, which is less of a brain. Let's get started. Well, first thing, this is the foundation, which involves moving those heavy wooden joists. Definitely not a job for a man with terminal lumbago, unless you want to dig a six-foot-deep hole for me when the workday's over. Don't tempt me. Oh, well, here comes Charles. Maybe he can lighten the mood a little. How'd you get on? He'll be back, but not for a while. Charles, dear boy. John needs help. Moving needs Joyce. Now, come on. Get a move on. We gotta get started before the rain's come. You're very annoying. He's right. We should get on with this. Der Ankel. Halt die drücke, Berger. Old MacDonald Head of Farm. Mhm. Ach, jetzt muss ich auch noch mitarbeiten, um Gott's Willen. Was ist das denn? Sogar ich muss mitarbeiten. Der Ankel drückt sich die ganze Zeit. Kann doch nicht sein. Unglaublich. Hier klappt der kleine Vogel. Der schaut da bloß zu. Ja, sicher. Und klüppeln. Meine Herren. Tier 2. Ah, der kleine Vogel. Jetzt schleicht ich da endlich. Ich lege den Ankel und ein Saal in a Board. Und I'll cut it. I'll climb up a ladder with a hammer and a nail. Now I'll nail it. Well, we worked so hard to build a little house together. In the snow, or the rain, or the ice cold wind whenever. No matter what the weather. We're together and we're together and we're together So, what's next? You want to be a party and we're able to marry a party and explore it as well for the kids as well it's scary so that it'sương Musik No matter any weather, we're together And I think that's everything John Marston, you have a home So do you Oh, I know And you, Charles, as long as you'll stay with us Thank you Gentlemen, to this happy home At least till this fool gets his woman back My darling Abigail I hope you and Jack are doing well I remain a fool And I'm sure I shall die a fool But I'm trying very hard to be something like the man you deserve I have done something very silly in an effort to impress you And that is, I've purchased a home The land you read about in the newspaper up at Beecher's Hope is now ours And we are going to try our hand at ranching Mr. Geddes kindly helped me buy the land I met Uncle while I was coming out of the bank And while I know your feelings about him, he has been enormously helpful In his own fashion Charles Smith has also appeared And is unsurprisingly a pillar of strength Together We've built you a home I hope soon to show it to you I miss you And the boy More than I can express Please Come back to me Yours always John Ein schöner Brief Wenige Tage später Es ist hübsch geworden Die kleine Form Hätte ich denen gar nicht zugetraut, wenn ich ehrlich bin Ein Haus aus dem Katalog Wie geil Was jetzt wieder? Ach Gott, Autosperren Natürlich So, ein neues Jerusalem Was habe ich jetzt wieder falsch gemacht? Achso 80% behämmert Ja, ich bin 100% behämmert Nicht nur 80% So was Hm Der Uncle, was macht denn der da unten? Sehr spannend So, kurzer Check auf der Karte Zum Bürgermeister müssen wir auch noch Den müssen wir ja nochmal unsere Aufwartung machen So Rachel, auf geht's Komm I miss you girl Ja Bis die letzten Tage nur dumm rum gestanden Ne? Ah, da oben ist Feuer Okay, wahrscheinlich ist er da oben Drückt sich schon wieder vor der Arbeit, ne? Da liegt er Ja, was? Das ist doch nur ein Onkel Was ist los mit dir? Hä? Was stimmt mit dir nicht? Okay, du bist okay? Okay You're okay Just one time I hope to find you working Just once Do you believe in reincarnation John Marston? No Well, I hope and pray to whatever is out there that I get to come back as a youngin' so that when you're old and facing death I can be some two-penny slave driver that comes along and hastens your journey into the grave. Hey, this is a fatal condition I got. And I'll give you another fatal condition. We don't get on with things around here and we'll all starve. Get on with what? Farming? Ranching? Planting something? The only thing that this land's good for is grazing. Grazing? Yeah, so cows, sheep, goats. Goats is easy, but they taste awful. I don't like goats. And cows, I've seen enough cows. Yeah, sheep then. But any livestock you're gonna need a barn. Barn will take three of us six months to build. Oh, you don't build a barn, dumbass. What do you think this is, 1785? You buy one pre-cut, just like the house. This is the industrial age. The lumberfellers all have them. That guy makes me hate the modern world. Oh, come on. I'll deal with them. Was noch mehr Schulden machen, oder was? Oh, man. I can't move like I used to. Then I never was that fast. Ich möchte gar nicht wissen, wie du dich früher bewegt hast, Uncle. In the black water. Let's go. Na dann. Now, this fella probably saw you, thought, here's some corn husk idiot, some country rube, doesn't know a pre-cut home from an outhouse. And I'm gonna rob him blind. I gotta respect him for it. Cause if I saw you walk into my lumberyard, I'd think exactly the same thing. Thinking about it? Huh. I'm gonna actually do this on my own. Oh, I can't let you do that, John. Let you get robbed again? Oh, no. You need someone with some sense to negotiate. And some charm wouldn't hurt neither. And that's you, is it? With your famous way with people? Ah, you're in enough debt as it is. I got to help you all I can. It's my debt. I'll handle it. Yeah, but if they foreclose on the debt, I'll lose my home. And I do so like it there. You like it too much. You're far too comfortable. Ah, you ain't even got furniture. Ja und? Ich hab gedacht, die machst du für uns. Wer braucht schon Möbel? Völlig überbewertet. So, Sicherheitshalber. Man weiß nie. Man weiß nie, was kommt. Also, komm, Ankel, auf. Wir essen zeitig. Glaub ich mal. Wer kocht eigentlich von uns dreien? Ist die Rolle schon geklärt? Fällt mir grad so ein, ne? Ich glaub nicht, dass der Charles großartig kocht. Ankel macht eh nix. Also, deswegen... Naja. Okay. Ich schau auch lieber nicht nach, wie hoch unser Schuldenstand ist inzwischen. Na dann, klopf, klopf. Und wie sind wir? Wie ist little Emily? Emily? Ich bin sorry, wie sind Sie? Was? Wir brauchen ein barn. A barn? Of course you do. All them potatoes. Wir werden farm livestock. Was wrong with you? How many Scarface loons you got coming in here buying pre-cut homes? Here, what do you think? Have a look. Maybe that one. We're an excellent choice. We have a couple already cutting in stock. I'll have it sent to you in Blackwater. I'm down at Beecher's Hope. Oh, I'm sorry. Of course, this is my wife, Jerry. You see, she's out. But it's great seeing you again, Al. Yeah, it's been a pleasure as always. Great pleasure. Love your work. Of course. How are we going to pay for this? Same way we pay for everything. I just wish I could help you, sir. You've been a good customer, and I like you, and David Geddes likes you. Now, I... But this man is very annoying. Can you just give me a few days? Of course. I really enjoy begging and watching you make a fool of yourself. Well, I... John! Hey! Is that Sadie Adler? Hey! John! How are you? Well, hello, Uncle. Nice to see you. Oh, and you too. Oh, shut up, you old creep. Listen, Sadie, I... You got any work? I'm kind of desperate. Work? Hmm. How desperate? I need money. A bunch of money. My debt's climbing, and I... You up for a fight? Is it legal? Well, it's very legal, but it's also pretty dangerous. With you, it'll be fine, but I wouldn't do it on my own. I ain't got much choice. Alright then. Come on. Look after him, Sadie. He's a delicate flower underneath. Tell the bank, there's money coming in. And get a crew to help with that barn. Hmm. I have no good authority. We can find this bounty at painted sky. I know the place. Okay. I'll follow you. Was meinst du? Was? Was von Platzi? Ich kenn nix. Painted sky. Wo ist hier painted sky? Was? Painted sky. Hier. Haben wir... Äh... Nö. Haben wir da nicht mal Schulden eingetrieben für den Strauss? Klapp schon, äh? You know, I've been doing some bounty hunting of my own since I last saw you. I ain't gonna make a habit of it. Morning. Morning. Hey, fella. All right. The painted sky tip is pretty fresh, but I don't know how long it'll stay that way. An encyclopedie salesman was up there, on the property. Couldn't find the rancher, but saw a mexican-looking fella hanging around. Now, Ramon Cortez is around those parts. Split up from his gang and stuck in West Elizabeth. It's gotta be him. Hold up, waiting on some out. And we're gonna get to him first. Nö, wenn du das sagst. Sadie. Hey, so who is this bounty? Ramon Cortez. He's with the Del Lobo gang. Del Lobos? Yeah. You had back down to where we was, New Austin? You're bound to run into them. Oh, I ran into them. Mostly Mexicans? Some of them. But some is Californians. And some are regular Americans too. They're a misfit bunch. Just like we were. And they're friendly. Real friendly. Oh, yeah. Ugh, it's a bad situation down there. Burnings, killings, you name it. I know something of that. And not much law except the Sheriff of Tumbleweed. He's making a hell of a go of it, but there ain't much there to hold back the chaos. It's real wild country. Yeah, I met him. Don't you get around. You know, I had some trouble of my own. That gang you was talking about? Was they the Skinner brothers? That's them. They ain't nice. Nice weren't what I heard about them. Got a hold of this feller I'd hired. Ah, he didn't die well. I'm sorry, John. We fought back. We was too slow was all. I wish we'd done better for them. I'm sure you did the best you could. I've heard, well, some kinds of things they do to men. Unspeakable things. I hope that's the last you see of them. Me too. But if not, I mean to be ready. That is wise. You want to hear something? I built my ranch house. Good for you. Did you make it out of straw bales? No. It's one of them pre-cut ones. Me and Charles put it up. And Uncle watched and barked the odd order at us. It's solid, though. Real good and sturdy. Woo! John Marson's got his own house. You should come see it. It's good country, Sadie. Despite all that. I try not to fraternize too much with employees. You know, it sends the wrong message. Oh, that's what I am now. An employee. Mm-hmm. That's what the bank says. Ah, well then I guess our fraternizing days are done. Now, be a good boy and get this bounty for me. Yes, ma'am. Jetzt übertreibt er aber. Also wirklich. Unglaublich. Von wegen wir und angestellt. Freischaffender Künstler. Freelancer hier, ne? Mein Gott. Auf geht's, Sadie. Come on. Wir sind Gast. Die Spur ist noch heiß, aber wer weiß, wie lange noch. Okay, hier sind wir. Das raucht's da drüben noch aus dem Schornstein. Okay. Na, schau mal halt in die Scheune. Na dann. Schlossknacker. John Marston. Alter Panzerkracker hier. Oh. Oh, oh, oh. Vergiss es, Junge. Zack. Da liegt er am Boden. Ha, 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 ha. Ich denke so. Er hat nur versucht, mich zu töten. Das ist ungefähr richtig. Autsch. Ja, das ist er. Komm, komm. Wir holen ihn zum Scheriff. Komm, Ramone. Wir gehen für einen Rennen. Wir gehen nach Rhodes. Rhodes? Nach Rhodes? Es ist anders da jetzt. Valentine wäre doch viel näher. Ja. Hier wird nicht gefilscht. Ich glaube, Sadie hat einen Hinweis nicht gekriegt, ne? Durch tiefes Wasser reiten mit dem Gefangenen hinten drauf. Dass der er erdringt. Das hat ja wohl keiner gesagt. Na gut. Das ging schnell. So schnell waren wir noch nie in Rhodes. Nicht mal mit der Eisenbahn. Ja, hier ist Sean gestorben, ne? Ich hab's nicht vergessen. Bring Cortez around the front for me, will you? I'll get them ready for you. Ja, ja, natürlich. So, komm mit, Burle. Komm, komm. Ich gebe dir 100 Dollar, um diese B***h zu töten. 200? Nein. Mr. Sheriff? Mr. Sheriff, wir haben Ramone Cortez. Cortez? Cortez? Well done, how? Found him hiding in a pile of shit. That's about right. How you doing, Ramone? Oh, just fine, mister. Hey, how much you want? How much any of you want? I'll give $2,000 in gold to whichever one of you sets me free. I'm afraid it's a bit late for that, Ramone. You've been a real bad boy. Me and my boys are gonna ride you into San Denis and watch them hang you. Okay. Okay, if you think so, mister. Oh, I know so, Ramone. Take a seat. Help me guard them till my boys arrive and we can get them out of here. Sure. Spent years leaning up this town. Last thing I need is fools like this thinking they can take us back to the bad old days. Well, you did a good job. Ich hoffe, man bezahlt uns die Überstunden. Ja, wahrscheinlich kommt die Gang von ihm daher und will ihn befreien. Das wäre doch, ne, offensichtlich. Sowas von offensichtlich. Oh, der ist recht entspannt. Der Ramone. War ja klar. Woher wussten die, wo wir zu finden sind? Oh, Sheriff Thomas, Sheriff Thomas. We want their friend back. You have about 10 seconds, Sheriff Thomas. Before we kill all of you fools. One. Don't be a dumb bastard. Two. This is a good town now. Three. Let them have it, boys. Oh, yeah. He will nicht mein Pferd ausschießen. Das müssen wir nicht sein. Die Sadie stellt gerade die richtige Frage. Woher wussten die, woher wussten die, wo der war? Oh, oh. Was? Irgendwas ist da in die Luft geflogen. The jail. The jail. They blew my jail apart. He's gone. He's gone. Uh, well, we brought him in. Now pass what's old. He ain't here now, madam. I don't get paid unless he makes it to San Denis. You want to get shocked today as well as Rob, mister? Are you threatening me? Why would we bother threatening you? Get him back and I'll get your money. And another $50 besides. $100. $75. I can't go higher. Done. Let's go. Jim Milton. Hm. Naja. Also werden die Überstunden doch bezahlt. Das war klar, oder? Das war doch, war doch klar. Okay, ja, ich stärke mich noch kurz, ne? Ja. Bad luck with bounties being stole off of you. And you're about to have some bad luck with getting punched in the face. He got stole off both of us. Someone must have talked. One of his boys, maybe. We were sitting ducks, waiting all that time in that gym-cracked jailhouse. Yeah, yes, we were. I don't like it. The sheriff's done a lot to bring roads into line since the time of the greys and braithwaites. But clearly he ain't done enough. So you think we can trust him? Yeah. He'll pay up when we come back with Cortez. He's a decent fella. If we come back with Cortez. We're coming back with him. Don't you worry about that. Nö, nö, wer macht sich denn so aus? It's an odd thing, isn't it? We'll take 200 dollars from a sheriff who might be crooked himself to go get a bounty. But we won't take 2.000 dollars from an outlaw just to let him go. If that kind of offer is tempting to you, then go right ahead. But not when you're on one of my jobs. I never said I was tempted by it. I just said it was an odd thing. How do we take money from one but not the other? Everyone's got to choose what they're loyal to. Themselves, God, the state. If a bounty hunter wants to last, the loyalty's got to be to the one that's issuing bounties. Plain and simple. I got a reputation for honest work. So, everyone with a price on their head deserves it, you think? Sure. No, I don't know. Usually, if I got into who deserved what, second guess every poster, I tear out all my hair before I put a rope on anyone. If the price is high enough, you got to trust, there's a reason they said it. I hope that rationale works out. For all of us. Yeah. So long it's legal is, it's just a job. Mir gefällt die Sadie. Na, ich fand das schon damals, wo wir mit Arthur und ihr unterwegs waren, fand ich schon immer sehr amüsant. Sadie ist auch ein großartiger Charakter. Okay, also, Knarren. Ausgerüstet. Aber wir brauchen ihn bestimmt lebendig, ne? Let's go up. Probably waiting for a boat. There's supposed to be a storm coming through. So maybe that's delayed them? Perhaps. So what do we do now? I'm gonna go get him. You. Me. You just cover me. I ain't getting you killed out there. But it's okay for you. I want to die. And besides, those bastards don't look that tough. They look asleep as far as I can tell. I'm gonna go. You sure about this? Just don't seem right. This is my show, John Marston. Do as you're goddamn told. And shoot well. Sadie. Okay. Oh Gott, verdammt. Das war jetzt auffällig. Ich glaube ich dem seinen Hut runtergeballert oder was? Nein, zu Befehl, juhu, aua, das tat weh, das war der schlimmste Weg, ja er kommt ja schon, alles gut. 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 ok vielleicht sollte ich da absteigen und sagen ich bin da ein super ziel moment ich brauche mal kurz jetzt aber irgendwo ist da noch einer da oben genau hier nicht was was hier 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 All right, all right, amigo. I'm coming. Try anything clever and you're gonna get shot. Oh, hold your horses, Chica. Chica sagt er, es ist brennt aber hier doch. Get out of there. Oh, oh. I said, get out of there. Easy, easy, girl. Oh, you gave up easy a long time ago. Hey, look out. There's more of them coming. Hey, estoy aquí. Shut your god damn mouth. Oh, je. Na dann. Okay, und dann. Zack und weg, du Lappen. Yeah, well, eh. You're gonna have to come over here. Get him. Anymore? Are we done? We might just be. Son of a bitch. Well, that's that, Van. Help me load this fool on the horse. A lot of crazy bastards. Seems Mexico is a tough place. Too tough for you, John Marston. I'd stay well clear. Oh, I mean to, Mrs. Adler. Na dann. Guckst du hier. Come on. Hep. Geht doch. It's about time we collected this bounty. Second time lucky. What do you think, Cortez? You got any more surprises up your sleeve? You, you're a dead woman. And you are a dead man. Yeah, yeah. The devil of us will not forgive this. Ha, ha, wherever you hide, we will find you. And we will kill you. You, 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 you. What's this? What's this, yeah? I preferred it when he was offering money. Oh, you want money? Hey, take my money. I got gold, lady. But you was just sick. And you was gonna kill me. Oh, you let me go? I'll forget about it. All this. You see, Ramon? Sehr witzig. So, let's just move on. What we got here is a trust issue. Oh, I'm good for it. You're tied up on a horse. About to be taken to Sandinita Hank. You ain't good for anything. Listen, I swear. Of course. Because all you can do is swear. But you're just saying anything you think might get you out of there. Ramon, I couldn't trust you to pay me. I couldn't trust you not to kill me. Hell, I couldn't even trust you to kill me, if that's what we agreed. What the hell are you talking about? I got gold, woman. Mr. Gold. Five thousand dollars. Well, I hope you left it to someone in your will. Well, because you ain't gonna find much use for it in the short time you got left. Oh, I damn you, woman. Damn you. Oh, I've been damned a long time, my friend. Relax, mister. We ain't got far to go. Oh, you made a big mistake. Jake, both of you. You should have took the money. You should have taken it. Mm-hmm. Now? Now we're gonna come for you. I promise you that. We're gonna come for you. Well, I hope they know just where to find me, because I'll enjoy the fight. I like the fighting, Ramon. The fighting and the killing. Okay, Ramon. Ich finde dich damit ab. Du fährst nach Sontini. Und sei froh, dass es den elektrischen Stuhl noch nicht gibt. Ne? So als Grillbürstchen willst du nicht enden, da hängst du lieber eine Runde. Als ob der 5.000 Dollar gehabt hätte, ne? Naja, gut. Wir hätten ja die Sädie niemals verkauft. Oje. Hm? Ist der sauber? Ah, scheint sauber zu sein. Hau dir. Idiots, hat er gesagt, ne? Sowas. Sehr unschmeichelhaft. Ich hab meinen Hut verloren. Seh ich grad. Jetzt, Arthur's Hut. Genau, sehr gut. Hey, get out of the way! Was? Ich bin doch aus dem Weg. Also, was ist los mit den Leuten? Alle völlig unentspannt. So, und jetzt Sheriff, jetzt mach den Klingelbeutel auf. Jetzt wollen wir Geld sehen. Für die ganze Arbeit hier. Bin doch nicht zum Spaß hier. Ja, hab ich dir schon erzählt, dass der, dass der Pearson hier arbeitet? Der hat hier den Grocery-Store, ne? Du mochtest den Pearson hier. Die wollte den ja mal umbringen, wenn ihr euch erinnert. Die hat den ja gehasst. Vielleicht sollten wir den kleinen Tipp geben. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich sehe dich wieder. Nichts, sehe dich wieder. Auf Wiedersehen, Herr Cortez. Ja, das war schon aus. Auto ist auch schon da. Also, der Wagen. Ich wusste, dass du zurück, Ramon. If you just can't get enough of me. Put him in the wagon for me, would you? How's the jail? Needs to get fixed up since this nice man blew a hole in it. Me and the boys will ride him to Sand any right away this time. Come along, Cortez. Sheriff, before you go. I'll pay you when I deliver him. Plus $75. Das ist gut. Jetzt bis zum Glück. Los geht's, Leute. Wir sehen uns bald, Freunde. Hör auf. Das ist gut. Danke für das, John. Kannst du meine Geld in die Bank für mich? Natürlich. Ich sollte mich von diesem Geld entfernen. Das? Das ist nichts. Nur ein einfaches Arrest. Geld für alte Rope. Wenn du so sagst. Bis zum nächsten Mal, Partner. Die ist schon tough, ne? Aber er hat nichts gesagt wegen dem Piercen. Okay. Credit erhalten. Und zurückgezahlt auch noch. Ja, sowas ja. Credit erhalten. Credit zurückgezahlt. Das ist ja furchtbar alles. Mei, mei. So, Rachel. Hier gibt's eine kleine Bürstung. Also, schließe die Mission ab ohne Gesundheitsgegenstände. Ja. Ja, es war dumm, dass ich da mit dem Pferd hinterher geritten bin. Da war ich ja offen angreifbar. Das war dumm. Da hätte ich zu Fuß hinterher müssen. Dann hätte ich wahrscheinlich den Gesundheitsboost auch nicht gebraucht. Das ist also unsere neue Bleibe. Wir waren noch gar nicht drin, gell? Wir müssen uns das Ding mal anschauen. Lass mal von außen gucken hier. Ist ja echt groß geworden. Und das hat der mit Charles zusammengebaut. Okay. Fertig, Bau. Aber trotzdem. Ah, es muss richtig Arbeit gewesen sein. Krass. Und da drüben die Scheune. Ah, da ist Ankle in der Scheune. Okay. Ja, da schauen wir nachher hin. Sieht auf jeden Fall gut aus. Hä? Hat er was ins Tagebuch geschrieben? Nee, hat er nicht. Okay. Jetzt haben wir noch der gleiche Eintrag. Wie sieht's mit den Schulden aus? Um Gottes Willen. 1.300 Schulden. Da wird man ganz anders. Das Land hat 460 gekostet. Und dann haben wir 60 zurückgezahlt. Dann haben wir noch 400. Okay. Dann kam das Haus dazu. Noch mal 1.300. Dann kam noch mal 1.300 Tools. Dann kam die Arbeit noch mal 1.300. Ja, leg mich am Arsch. Das ist ja... Wir sind pleite. Wir sind pleite. Ah. Verdammt. Da fallen mir wieder die 7.000 Dollar ein, die Arthur bei sich hatte und die Puff irgendwo aber nicht in unserer Tasche gelandet sind. Naja. Wie auch immer. Liebe Leute, das soll's für heute gewesen sein. Ich sag vielen Dank fürs dabei sein bei Red Dead Redemption 2. Die Rangel verabschiedet sich. So. John Marston. Und in diesem Sinne. Bis zum Wiedersehen. Eine gute Zeit. Macht's das gut. Und Servus. Ellers gebe dir das wiederated... aber liegt wirklich schlecht mit dem hierarten aus. Aber sie sitzen.